Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Steuerrecht. In dieser Lektion geht es um grundlegende Begriffe der Einkommenssteuer. Zunächst müssen wir klären, was eine Steuer überhaupt ist. Diese ist in § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung legal definiert. Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzählung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzählung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Die Einkommenssteuer knüpft, wie der Name schon sagt, an die Erzählung von Einkommen an. Der Bezug auf die Einkommenserzählung ist auch bei der Gewerbesteuer und bei der Körperschaftssteuer relevant. Die Einkommenssteuer ist eine direkte Steuer, das heißt, dass Steuerschuldner und Steuersubjekt identisch sind. Steuerschuldner ist derjenige, der rechtlich zur Steuerzahlung verpflichtet ist. Steuersubjekt ist derjenige, der tatsächlich wirtschaftlich für die Steuern aufkommt. Eine indirekte Steuer ist zum Beispiel die Tabaksteuer, denn bei dieser ist Steuerschuldner zum Beispiel der Hersteller gemäß § 15 Absatz 4 Nummer 2 Tabaksteuergesetz. Wirtschaftlich kommt aber der Endverbraucher für die Steuern auf, da er einen erhöhten Preis zahlt. Die in der Praxis wohl am häufigsten vorkommende indirekte Steuer ist die Mehrwertsteuer. Eine weitere Charakteristik der Einkommenssteuer ist, dass sie eine Ertragssteuer ist. Das bedeutet, dass die Höhe der Steuer von den vom Steuerpflichtigen erzielten Erträgen abhängig ist. In diesem Zusammenhang ist das objektive Netto-Prinzip relevant. Demzufolge können Aufwendungen, die der Erwerbssicherung dienen, vom Einkommen abgezogen werden. In § 4 Absatz 4 EStG steht, Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Deswegen wird in diesem Zusammenhang auch vom Veranlassungszusammenhang gesprochen. Die entsprechende Regelung für die Berechnung bei Überschüssen ist der § 9 EStG. Nach dem Bundesfinanzhof besteht das Veranlassungsprinzip aus einem objektiven und einem subjektiven Element. Daraus folgt, dass Betriebsausgaben objektiv mit dem Betrieb zusammenhängen und subjektiv dem Betrieb zu dienen bestimmt sein müssen. Werbungskosten müssen in einem objektiven Zusammenhang mit der auf Einnahmeerziehung gerichteten Tätigkeit stehen und subjektiv zur Förderung der Tätigkeit gemacht werden. Die Einkommensteuer ist außerdem eine Personensteuer. Bei der Bemessung wird also an die Person des Steuerschuldners und dessen persönliche Verhältnisse angeknüpft. Das unterscheidet die Einkommensteuer von der Gewerbe- und der Körperschaftssteuer. Es existieren verschiedene Prinzipien und Grundsätze, die die persönlichen Umstände der Steuerpflichtigen berücksichtigen. Das subjektive Netto-Prinzip ermöglicht den Abzug existenzsichernder Aufwendungen. In diesem Zusammenhang ist das Gebot der Berücksichtigung des steuerlichen Existenzminimums zu beachten. Demzufolge darf den Bürgern nichts genommen werden, was ihm danach als Sozialhilfe zurückgewährt werden müsste. Es gibt außerdem den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Dabei ist zwischen der horizontalen und der vertikalen Steuergerechtigkeit zu differenzieren. Der Grundsatz der horizontalen Steuergerechtigkeit besagt, dass bei gleicher Leistungsfähigkeit gleich hoch besteuert werden muss. Nach dem Grundsatz der vertikalen Steuergerechtigkeit muss die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich zur Besteuerung niedrigerer Einkommen gerecht sein. Das objektive und das subjektive Netto-Prinzip bilden zusammen mit dem Grundsatz der horizontalen und der vertikalen Steuergerechtigkeit das sogenannte Leistungsfähigkeitsprinzip, welches eine Ausprägung des Artikel-3-Grundgesetz darstellt. Die Einkommensteuer ist eine periodische Steuer, das heißt, dass sie regelmäßig entsteht. In § 2 Absatz 7 Satz 1 ESG ist der Bemessungszeitraum geregelt. Demzufolge ist die Einkommensteuer eine Jahressteuer. Eine Ausnahme hiervon stellt das Wirtschaftsjahr im Sinne des § 4a ESG dar, das bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden gilt. Der Ermittlungszeitraum ist in § 2 Absatz 7 Satz 2 ESG normiert. Dort steht, die Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. Das Kalenderjahr ist gemäß § 25 ESG außerdem der Veranlagungszeitraum, also der Zeitraum, für den die Steuer festgesetzt wird. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Die Steuer ist in § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung legal definiert. Die Einkommensteuer knüpft an die Erzielung von Einkommen an. Sie ist eine direkte Steuer, eine Ertragssteuer, eine Personensteuer und eine periodische Steuer. Bei einer direkten Steuer sind der Steuerschuldner und der Steuersubjekt identisch. Ertragssteuer bedeutet, dass die Höhe der Steuer abhängig von den vom Steuerpflichtigen erzielten Erträgen ist. Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang sind das objektive Netto-Prinzip und der Veranlassungszusammenhang. Bei Personensteuern wird an die Person des Steuerschuldners und dessen persönliche Verhältnisse angeknüpft. Dabei sind das objektive Netto-Prinzip, das Gebot der Berücksichtigung des steuerlichen Existenzminimums und der Grundsatz der horizontalen und der vertikalen Steuergerechtigkeit relevant. Diese Prinzipien bilden zusammen mit dem objektiven Netto-Prinzip das sogenannte Leistungsfähigkeitsprinzip. Dadurch, dass die Einkommensteuer regelmäßig entsteht, ist sie eine periodische Steuer. Der Bemessungszeitraum ist in § 2 Absatz 7 Satz 1 ESDG normiert, der Ermittlungszeitraum in § 2 Absatz 7 Satz 2 ESDG. In § 4a ESDG ist das Wirtschaftsjahr geregelt, in § 25 ESDG ist vom Vereinlagungszeitraum die Rede. Das war die Lektion Grundlegende Begriffe des Steuerrechts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.